Schönt! Energie wär ganz toll. Durch krieg' wir keine Energie. Ich bin tot, weil der mich trifft, ne? Aber der Wiener kann man sich auch gar nicht wissen. Das was Traurig ist, ist selbst tot, wenn du nach unten trittst, obwohl du dieses Stachel nicht hast. Ich darf mich aber nicht treffen lassen, ja natürlich. Schon sehr nett gelegt. Ha. Ho! Energie könnte mal hier irgendwo stehen. Hm. Okay, ich bin tot. Ja. Ah, ja, ja. Oh, wie lustig. Hm. Ja, trifft mich nochmal am besten. Komm, ich spiel nochmal auf mich drauf. Ich hasse dieses Level. Fick dich ins Knie, du Bastard, Mann! Was will er denn schon wieder hier? Ja, was ist denn, dass das ein R ist? Das ist ein R. Das sieht man doch. Ja eben. Über vier von Schiffen. Oh, wie lustig. Ich bin unbesiegbar, wie sie Teile sind. Lustig, haha. Oh, cool. Ist ja homogen. das ist nicht wirklich tödlich nicht so machen was für die setzte du bist dreckspiel mann warum kommt der da dabei kommt dieser spasti toll ey warum kommt der da auf einmal lang mann Hurensohn ja ich wusste vorher schon dass es funktioniert aber nein ich werde sowieso immer getroffen und dann möchte ich einmal an komm herr ihr Mistgeburten was hab ich da schützen würde oh wie lustig ja mit so einer Blase allein kann sie nicht erwarten natürlich ich muss mich schützen meine Fresse so ein Dreckpissmann ich bin gestorben weil ich runtergefallen bin das ist nicht lustig ich finde es lustig wie sie mich aufsehen schön und diese kleinen Mistfächer die mich immer treffen dann ne weil sie meinen sie sind toll oder so geht schon wieder geht schon wieder 3 ich habe ja ich bin ich habe es ist Die wird plötzlich dreimal geklafen. Spricht sie erst an der Wand, ne? War's nicht so? Oh, du Spastli. Was ist es sogar noch effektiver? Oh mein Gott, ich wollte den Tank. Die Explosioneratrice ist effektiver als die direkte Treppe. Interessant. Achso, warum krieg ich das einmal? Hey, wo war's das? Achso. Ja. Soll ich's absichern mit einer Pause? Ja, oder? Das ist zwingend notwendig. Guck mal, was schickt denn da ein Paket ins Netzwerk? Oh mein Gott, wir haben Blade-Man geschafft. Oh, ne. Die Kraft haben wir schon mal im Challenge-Mode probiert. Ja, der Challenge-Mode kommt mal schon. Diese Kraft-Begutachten ist Müll. Ne, will ich gar nicht. Safe. Schlot 1. Yes. Okay, das reicht. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Break. Warte, noch nicht. Hier. Mega-Man. Mega-Man hat AIDS! Oh mein Gott! Heißt dieser Roboter Auto? Hallo? Why? Hä? Warum drückst du's weg? Ich will's lesen! Oh, Flo-Robo-Ninza. Wohl so ne Art Influencer, so für Roboter. Ja. The world is mine, oh ho ho ho. Mega-Man I should know. Und jetzt? Du darfst das Roll-Spielen. Ich möchte Roll-Ninza. Ne, ich muss nicht Roll-Spielen. Das ist jetzt AIDS und gibt dir die Pinne. Oh. Ist ja traurig. Oh. Ist ja traurig. Mega-Man Ate braucht Mediziner mit der loslaufen können oder so. Ja, hat jetzt kein AIDS mehr. Oh mein Gott, wahnsinn. Okay. Dr. Wiley. Wie, 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 wie. Ja. Einfach rauskopiert. Oh, 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 oh. Genau, wie er dieser Augenbrauch einfach nur... Ja, einfach kapiert. Ich habe ja aus Mega-Man 3 rauskopiert. Ja, nur Hintergrund gendert eigentlich. Ja, immer nur den Hintergrund gendert. Der Effekt ist ja selbe. Die Festung sieht jedes Mal größer aus. Na, wie, 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 es diesmal auch wie eine 5. Ja, natürlich übertreibt. Toller Gang, ich mache mich. Guck mal da. Links und rechts. Ich gelingst lang. Jetzt kürzer. Oh, wie lustig. Oh, wie lustig. Sprüng rüberkommen. Spasti. Hä? Was ist denn das? Hä? Geil! Fick dich mal hier! Wir fahren ganz schnell in die Hölle! Wollt er gut, Mann! Oh, ich bin tot fast! Das war wie Miniman, ne? Ja. Aber so Rootman and Eggman... Das war jetzt von jedem Mega-Man einer! Du Spasti, Mann! Mach die Kusche auf!